Patrioten, Deutsche, ich stehe hier heute vor dem Gebäude des Sächsischen Landtages. Am 1. September 2019 findet eine ganz wichtige Wahl statt. Die Landtagswahl in Sachsen ist ein Termin, die zu einer echten politischen Wende führen kann. Zu einer nationalen Revolution an der Wahlurne sozusagen. Wie ist die Ausgangslage? Die etablierten Parteien, die Parteien des Volksverrates, die, die unser Land an die Wand gefahren haben, die es nach Strich und Faden verraten und verkauft haben, der Masseneinwanderung ausgesetzt haben. Diese Parteien stehen davor, einen großen Teil ihrer Macht einzubüßen. Viele dieser Vertreter dieser Parteien könnten nach dem 1. September tatsächlich hier ihren Stuhl räumen müssen und ersetzt werden durch patriotische, durch heimattreue Kräfte. Bei den letzten Wahlen hat der Wähler vor allen Dingen die AfD als Waffe verwendet, um dieses Ziel zu erreichen oder um es voranzutreiben. Leider ist diese Waffe wenigstens zum Teil stumpf geworden, seitdem der Landeswahlausschuss kürzlich die Landesliste der AfD zu etwa zwei Drittel zusammengekürzt hat. Das bedeutet, dass der Wähler, der mit der Zweitstimme AfD wählt, diese Stimme verschenken wird und dass nur die Stimmabgabe der Erststimme zugunsten der AfD überhaupt noch einen Sinn ergibt. Hier kommt die NPD ins Spiel. Aus mehrerlei Gründen. Erstens aus einem ganz einfachen politisch inhaltlichen Grund. Wir sind die authentische nationale Partei. Wir haben zehn Jahre im Sächsischen Landtag gesessen und haben dort Politik für Deutsche gemacht. Wir haben die Dinge für sie vorangetrieben und wir haben in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen gesammelt, uns Kompetenzen erworben. Wir treten auch diesmal wieder mit einer sehr vorzeigbaren und kompetenten Mannschaft an. Und wir wollen wieder zurück in diesen Sächsischen Landtag, um unsere Aufgabe zu vollenden, um unseren Auftrag auszuführen. Aber diesmal ergibt die Wahl der NPD noch einen anderen Sinn. Nicht nur politisch inhaltlich, weil wir sagen, wir sind sozusagen das nationale Original, sondern auch ganz praktisch, technisch, wahlarithmetisch betrachtet. Denn, wie schon eingangs gesagt, die Zweitstimme wird für die AfD überwiegend verschenkt sein. Wenn diese Partei eine Chance haben will, stark zu werden, dann kann sie das nur über die Erststimme, also über den Gewinn von Direktkandidaten. Die NPD hingegen hat sich vorausschauend schon frühzeitig dazu entschlossen, ausschließlich für sie mit der Zweitstimme wählbar zu sein. Und das bedeutet, sie haben tatsächlich die große Chance, zwei starke rechte Fraktionen in diesen Landtag zu entsenden. Und sie haben damit die Chance, dazu beizutragen, dass ein echter politischer Wandel in diesem Lande in Gang kommt. Eine Situation, in der auch ein Ministerpräsident Kretschmer nicht durch irgendwelche Koalitionsränke, Schmiede und seltsame Bündnisse sich aus der Verantwortung stehlen kann, sondern von der politischen Rechten gnadenlos vor sich hergetrieben wird. Wir können richtig was bewirken in diesem Land. Schon Bismarck wusste, wenn die Deutschen zusammenhalten, dann schlagen sie den Teufel aus der Hölle. Lassen sie uns das jetzt gemeinsam tun. Lassen sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die nationale Revolution an der Wahlurne Realität wird. Wählen sie ruhig mit der Erststimme AfD, aber sorgen sie auch dafür, dass die NPD nach fünf Jahren Pause, in der wir uns sammeln und auf diese Aufgabe vorbereiten konnten, gestärkt wieder in den Sächsischen Landtag einzieht. Wir werden mit einem doppelten Schlag dafür sorgen, dass die Etablierten zu Boden gehen. Ich zähle auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017